Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem LS19 Tutorial. Und zwar werde ich euch heute ein bisschen erklären, wie ihr im LS19 zu Geld kommt. Folgendes Szenario. Ihr habt eine neue Map entdeckt, die ist seit ein paar Tagen draußen. Euer Lieblings-YouTuber, der LS19 spielt, hat diese Map und ihr findet dort drauf die dicksten Maschinen. Die dicksten Gebäude, alle Kühe, alle Pferde, also komplett alles schon fertig. Jeder, der den LS19 schon alleine gespielt hat, weiß, wie lange es dauert, um beim LS19 wirklich zu Geld zu kommen. Der YouTuber macht das daher, weil es einfach spannender für die Zuschauer ist. Ich glaube, die wenigsten möchten sehen, wie man wirklich 30, 40 mal ein und dasselbe Feld aberntet, bis man wirklich zu Geld kommt, weil die Felder sind sehr teuer, die Maschinen sind sehr teuer und ich glaube auch einfach, es ist einfach zu uninteressant. Daher greifen die meisten Leute, die das auch irgendwo vorstellen, zu diesem Geld-Trick, um es den Zuschauern auch ansehnlicher zu machen. Modifizierte Fahrzeuge, diverse Mods, alles das kostet Geld. Deswegen, denke ich mal, ist das der Hintergrund, warum die meisten YouTuber dieses kleine Geld-Cheaten nutzen. Es ist relativ einfach. Also, ihr startet zuerst einmal euer Spiel. So, dann habt ihr in der Karriere, in diesem Fall bei mir, 1, 2, 3, 4 Spielstände. So, wir gehen jetzt keins von denen einmal rein, sondern wir gehen wieder zurück ins Hauptmenü. Dann geht ihr einmal in den Explorer. Den öffnet ihr einmal. Und zwar geht ihr dann einmal in das Verzeichnis, wo eure Savegames gespeichert sind. Bei mir ist das jetzt einmal auf dem PC unter Dokumente. Dann unter My Games. Da finden wir schon den Farming Simulator 2019. Und dann haben wir hier Savegame 1, Savegame 2, Savegame 3 und Savegame 4. Das sind also unsere vier Spielstände, die wir haben. So, in diesem Fall gehen wir jetzt einmal in das Savegame 4 rein. Das ist das Aktuellste. Das ist gerade neu aufgemacht. Ich glaube, auf mittlerer Schwierigkeitsstufe, wo wir 1,25 Millionen zur Verfügung haben am Anfang. So, jetzt haben wir hier in dem Savegame ein paar Dateien. Für uns am wichtigsten ist die farms.xml-Datei. So, die wählt ihr einmal aus. In meinem Fall öffne ich das Ganze einmal mit dem WordPad. Wenn ihr andere Apps habt, wo ihr das bearbeiten könnt, könnt ihr das auch gerne damit öffnen. In meinem Fall mache ich das mit dem WordPad. Gehen wir einmal rein. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die STRG-Taste und F einmal zu drücken. Dann öffnet sich hier links ein Feld. Dort gebt ihr einmal Money ein. So, und dann gehen wir einmal auf Suchen. Und plopp, hier oben in dem Bereich ist unser Spielgeld. So, das können wir einmal ausmachen, weil jetzt haben wir es ja gefunden. Letzten Endes, wenn ihr das häufiger gemacht habt, es steht ganz oben. Ja, das ist hier die komplette Datei. Und hier oben ist der Bereich des Geldes. So, und das hier ist die Summe, die wir jetzt im Spiel zur Verfügung haben. Diese Nullen dahinter, die könnt ihr ignorieren. Das ist also nicht weiter wichtig. So, das ist also jetzt unsere Summe. Das heißt, 1,25 Millionen haben wir im Spiel aktuell. So, wie jeder weiß, sind 1,25 Millionen recht schnell weg. Also, gehen wir mal bei und ändern das einmal auf 9,25 Millionen. Dann geht ihr auf Datei, die speichert ihr einmal ganz normal ab. Geht wieder raus. So, und dann geht ihr einmal in Spiel. Und dann startet ihr ganz normal euren Spielstand. Hier ein paar Mods noch mit drin. Okay. Und dann sehen wir gleich oben rechts unser neues Konto. Man muss dazu sagen, das Ganze funktioniert nicht im Multiplayer, was auch ganz gut ist. Also, keine Angst, dass da jetzt, wenn ihr im Team spielt oder irgendwas, dass da jetzt irgendeiner beigeht und den Geldsheet nutzt. Also, das ist wirklich nur für den Singleplayer-Modus, wenn jetzt jemand das Spiel erworben hat und der Meinung ist, er möchte nicht mit den kleinsten Treckern anfangen, sondern gleich mit den großen Baggern spielen. Dann kann er das halt dadurch schneller erledigen. Ob das alles sinnvoll ist und zählen des Spiels ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber gerade in Bezug auf das Präsentieren von diesem Spiel ist es denn, denke ich mal, ganz in Ordnung, wenn man das mal nutzt. Man muss es ja nicht übertreiben, also man muss jetzt keine 999 Milliarden Euro dort hinterlegen, sondern ich sag mal so, wenn man jetzt vielleicht was Neues präsentieren möchte mit einem neuen Mod oder einem neues Fahrzeug, dann klickt man eben ganz kurz in die Datei rein, ändert den Preis, schiebt man sich, ich sag jetzt mal, 800.000 Euro einmal kurz aufs Konto, kauft sich das kleine Gerät und ja, präsentiert es dann. Und somit muss man nicht 20, 30, 40 Stunden spielen, um dieses Gerät dann zu erwirtschaften. So, jetzt gehen wir einmal ins Spiel rein. Da ist unser Mann und tadaa, oben rechts sehen wir 9,25 Millionen. Und damit können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen. Da können wir auf jeden Fall einen guten Hof für bauen, uns vernünftige Maschinen kaufen oder halt auch je nachdem, was man machen möchte, Forstwirtschaft oder halt die ganzen Tiere. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.